Es geht jetzt weiter mit dem zwölften Part des Let's Plays und ich habe jetzt hier mein elften Part hier aufgehört die Pyramide weiter zu machen, also aufgehört die Pyramide zu bauen, werde ich jetzt bei diesem Part direkt weiterbauen, diese Pyramide. Dann werde ich erst mal diese Pyramide fertigstellen, weil dann könnte ich nämlich da als neues Zuhause machen, diese Pyramide, dann werde ich unten diesen Rasen auch rausreißen und auch zu Sandstein ändern. Dann habe ich auch dort Sandstein, ja Sandstein habe ich dann auch. Aber ich glaube, ich hatte nur knapp zwei Sechs hier, ich muss mir neuen Sand verschaffen. Deswegen sollte Sandstein, ja, das ist klar, das wird nicht reichen. Das wird wahrscheinlich reichen, also wir wollen nie mehr diese Mengen Sandstein, Sand. Sie können jetzt in der 70-Gruppe statt Belandentweldung fahren, die werden wieder 50-Standbelandentweldungen machen. Jetzt gehört sich weiter nach dem Bild bauen. Ich werde wahrscheinlich noch mal in der Nähe farmen müssen und dann wieder auch ein Stack auf dem Brauch ziehen und noch einmal, das ist jetzt der letzte Stack, den ich habe, muss ich also gleich wieder zurück zum weiteren Sandstein farmen. Muss ich gleich wieder Sandstein farmen. Der Sand wird nämlich wieder nicht reichen. Ich werde jetzt erstmal den Park hier unterbrechen. So, jetzt kann es weitergehen. Ich habe einen kleinen Verbrechen gehabt und der Sandstein schon wieder aufgebraucht. Wow. Oder wie ein neues Tal, wo die Ton spielen. Eigentlich in der Leerrichtung. In der Leerrichtung. Schau mal, hier ist ein Blumen, hier hat schon was. Na, hier ist ein Haus. Schau, wir sind da und haben wir hier. Dann machen wir noch den Lanz. und dann wieder die Wälder angekommen und dann noch die Kohlensiebung noch zu machen und dann noch die Kohlensiebung noch zu machen und dann noch die Kohlensiebung noch zu machen und dann noch die Wälder durch und dann noch die Wälder durch dann noch die Wälder da sein Denn die Teile müssen nicht verlaufen. Sieht aber gut aus. Oh, die Hände geraben. Die Hände geraben. Die Hände geraben. Die Hände geraben. Da sollte natürlich ein Blatt weiter dort gesetzt werden. Da habe ich hier erst noch nicht die Blanche. Die Hände geraben. Die Hände geraben. Die Hände geraben. Die Hände geraben. Ich kaufe die Hände. Die Standsteine und die nächste Spitzkacke. Da müssen wir anscheinend gleich sammeln. Vielleicht kann man vielleicht ja abbrauen, dass ich aber schon wieder Nacht bewohren Und jetzt habe ich die Nacht nicht vorgeschrieben Und dann weitergraben, dass man nicht mit Zacken ausgebraucht wird Nach Zeit hat er... Oh! Ich bin bei einer reingefallen, ich muss sie das jetzt über das zu machen Ich muss sie über das zu machen Höhengeräusch Kann man lieber reinfallen, das würde ich natürlich nicht haben Ich bin bei einer reingefallen, ich bin bei einer reingefallen Ich bin bei einer reingefallen Und der nächste Paufer Ich bin bei einer reingefallen, ich bin bei einer reingefallen Ich bin bei einer reingefallen, ich bin bei einer reingefallen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach, Pferde sind hier. Wow, ich meine, das ist ja nett. Die Nacht wird lang seit Ende entgegen, muss ich schnell nach Hause. Ende ist nach Hause, und die Kaufende Part hat euch gefallen. Das ist ja nett. Jetzt kommt das Wasser raus, bis jetzt rein. Ich bin der Hüte und die Hüte und die Hüte. Ich bin der Hüte und die Hüte und die Hüte und die Hüte. Ich bin der Hüte und die Hüte und die Hüte.